Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin hier auf der Art A in Sinzig und kann nur jedem empfehlen, unbedingt auch hierher zu kommen. Wer sich inspirieren lassen will von ganz tollen Künstlern von der A, der muss die Ausstellung bis 31. Oktober gesehen haben. Ich nehme eine ganze Menge mit und ich hoffe, Sie tun das auch. Das ist ja schön, wenn ich auch mal ein bisschen Zeit habe. Mit T-Shirt. Ja, das ist ja sehr toll. Ja, Sie haben ja gemerkt. Ich lasse mich... Untertitelung des ZDF, 2020